Moin, ich bin Thomas, ich studiere Elektrotechnik Kommunikationssysteme und ich zeige dir heute mal, wie mein Studienalltag aussieht. Man lernt, wie Daten effizient von A nach B transportiert werden und kann dieses Wissen praktisch anwenden. Im Studiengang Elektrotechnik gibt es auch einen internationalen Kurs. Die arbeiten hier gerade im Labor und analysieren Wechselspannung. Diese Wechselspannung zum Beispiel müsste ich erst gleich richten, damit ich mein Handy damit laden kann. Für uns ist es normal, jeden Tag von Elektronik und Kommunikationstechnik umgeben zu sein. Zum Beispiel von dem Smartphone, der Waschmaschine, dem Toaster oder dem Thermometer. Das Studium ist anspruchsvoll, aber dafür lohnt es sich. Die Perspektiven nach dem Studium sind sehr gut. Man kann zum Beispiel in der Industrie maßgeblich an der Entwicklung, neue Geräte und Technologien beteiligt sein. So, das war meine Tour. Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt. Und falls du noch mehr Informationen haben möchtest, komm einfach vorbei oder bewirb dich hier.